Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Hier mal eine ganz normale, alltägliche Situation. Wettermäßig natürlich nicht, das ist was Seltenes für Bremen, finde ich. Aber es ist gerade sommerlich warm. Wir sitzen hier ganz normal auf der Terrasse und genießen das eben. Nehmen uns mal die Zeit und machen im Haushalt und in der Wohnung mal nichts an Aufgaben, die man sonst macht. Sondern sitzen hier einfach und genießen die schöne Atmosphäre. Und ich höre hier nebenbei Musik oder wir hören das. Ich habe mir ja so ein Internetradio gekauft vor einiger Zeit, das in der Lage ist, eben Sender weltweit abzuspielen. Und wir hören hier immer Country aus Texas. The Ranch heißt der Sender. Richtig schön. Und mir ist gerade so eben in den Sinn gekommen, ja, man hat ja immer so Träume, die sich natürlich nicht erfüllen werden. Also es ist ja so ein Traum, oberflächlich betrachtet, dass man in den USA so schön lebt. Und mein Traum wäre es dann, dass man so ein Haus hat mit so einer Veranda, wo man abends sitzt mit einem Sixpack Bier und so auf die Straße guckt. Oder auf die Gegend um das Haus herum. Ich werde es natürlich niemals erfüllen, weil es gar nicht mehr möglich ist. Man müsste sein Leben komplett umgestalten. Man müsste in meiner Situation viel mehr arbeiten, als ich jetzt arbeite. Geschweige denn, dass man so eine Green Card bekommt. Also das ist ein Traum, der sich nicht erfüllt. Aber es ist ja immer schön, wenn man an sowas denkt. Und ein bisschen habe ich das jetzt hier auch gerade, zumindest von der Musik her. Ich habe zwar keinen Sixpack, aber trinke ich gerade... Nee, einen Sixpack. Ich meine, da lacht Simone, ne? Ja. Entschuldigung, bin noch ein bisschen erkältet. Das hast du gut gesagt, Stefan. Ich mache natürlich mit Sixpack ein Sixpack Bier. Und darum trinke ich hier so ein San Miguel, ein spanisches Bier. Bevor es noch peinlicher wird, würde ich mal sagen. Jetzt geht es los mit dem Vlog. Du bist so doof. Manche würden kotzen. So, jetzt geht es los mit dem Vlog. So, jetzt geht es los mit dem Ethan Ad will. So, jetzt geht es los mit dem Philips. So, jetzt geht es los mit dem Ahh chat. So, jetzt geht es los mit den Visit Meows rule, schön jetzt zum Bes conocer. So, jetzt geht es los mit Paul Couper, draußen immer noch bestes wetter seit tagen schon ich kann es aber immer noch nicht glauben aber heute kriegen wir besuch freue mich sehr drauf und immer wenn er hier ist ist bomben wetter was nicht so gut ist für die sache die stefan und er jedes mal vorhaben ja wir machen nämlich heute den dritten biertest das ist ja mal nicht so ganz ernst zu nehmen aber wenn ich das hier höre ich habe einige biere noch mitgebracht also wirklich war ich viele 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 mich hat noch mal die bierlust gepackt das wird ein absolutes besäufnis das sage ich dir ich habe stark bier mit zehn prozent das kalt wir sitzen in der sonne und das ist uns richtig gut gehen heute bis dann so was soll ich dazu sagen gut dass ich snacks im sortiment habe dass er erst mal ist es wichtig eine grundlage zu schaffen und das mache ich nämlich jetzt damit es uns auch danach noch gut geht denn morgen ist ein ganz normaler wochentag für uns müssen nämlich ganz normal arbeiten und der herr wahrscheinlich nicht aber den kleinen knirps den wirst du doch locker hier unter den tisch trinken würde ich mal behaupten das nicht verstanden darum geht es nicht jetzt geht hier um einen biertest hat verstanden aber wahrscheinlich hat er das nicht verstanden was kann es besseres geben als grundlage knackige leckere kalte bockwürste könntest du schon im vorteil sein was den tag danach angeht so schlimm wird es schon nicht werden ja dieser von uns eben angesprochene biertest scheint doch etwas extremer zu werden als geplant es sind hier 26 behältnisse davon ist eins alkoholfrei und wenn man jetzt nur von jedem so ein glas trinkt kann sich jeder ausrechnen sind deshalb über zwei liter also ich glaube wir dürfen das nicht so voll schenken vor allem das alkoholfreie wird da durch diesen durch diesen akku ausgeglichen 10 prozent auf was hier 10,5 prozent schönes dänisches kaltberg elefantenbier naja gut so ist es so ist es halt ja und stefan muss morgen arbeiten wird es jetzt langsam ernst nein ernst wird das nicht ernst wird es ja nach dem zehnten ja da kommen wir heute hin stefan ja total ja und da sind wir auch schon mittendrin im biertest und man sieht schon man darf das ganze nicht zu bier ernst nehmen das ist jetzt das dritte treffen zwischen philo und stefan zu diesem biertest alle jahre wieder und ähm ja der also philo moderiert das ganze immer total unterhaltsam es ist für uns die wir nebenan nur stehen und zugucken während der aufnahme schon total witzig und ja ihr könnt das alles bei philo auf seinem youtube kanal in voller länge sehen 18 plus so ein durchgestrichene schwangere frau ein durchgestrichenes auto ja nicht autofahren nicht schwanger sein beim trinken und über 18 sein wenn man es trinken wieso über 18 eigentlich ach so darf man gar nicht ab 16 darf man biertränken ich dachte fahren ja das kannst du vergessen wenn du wenn du euch noch fahren musst also ich glaube ach kacke jetzt haben wir ein richtiges problem ja also wir hatten einen so lustigen nachmittag zusammen und was natürlich ganz klar ist diese biere konnte man nicht natürlich nicht austrinken es wurden probeschlucke genommen und den rest haben wir zur seite gestellt es war auch viel zu heiß dafür und selbst ja bei weniger gutem wetter hätte man das auch nicht ausgetrunken das versteht sich ja von selbst so wir haben jetzt hier noch nicht mal halbzeit machen mal eine kurze pause die sonne brennt die biere werden immer wärmer wie geht es dir so gut ich muss sagen mir geht es hervorragend magnifik quasi fast schon wir haben also ich glaube tatsächlich ich glaube es werden jetzt so in den ersten beiden teilen äquivalent wären es jetzt noch so drei biere gewesen dann wären wir fertig heute haben wir die doppelte ration also mehr als die doppelte mehr ja das ist also wirklich auch nicht zumutbar fast schon aber bei dem wetter was kann man da bestes machen als auf der terrasse sitzen und biertrinken kühle getränke genau oder getränke es ist ja auch man muss ja auch mal sagen es ist ja lifestyle getränk ne ja ja ne doch finde ich auch gut sehe ich auch so so was sagt simone dazu na wie geht es dir hast du einen trockenen hals ein bisschen aber gefällt mir schon sehr gut also es gibt ein bier was ich gleich mitprobieren möchte ach ok krass oh ich würde meinen tipp abgeben ich sage störtebäcker ist es falsch ich bin auch mal sehr gespannt was das für ein sehr gespannt das knabes malzbier das ja ja aber das hat doch kein hat das prozent das ist ja kein bier das ist ja ein malztrank also ja ja ich bin gespannt melde ich ja mach ich willkommen zurück beim biertest wickel wickel nächstes bier astroötyp ich zisch den mal los jetzt so ist es und so wird es immer sein ja schmeckt das Sonnencreme so richtig ist das ja der tisch sieht schon mal saumäßig aus philo muss gerade eine kleine pause machen er sagt ja er muss mal eben kurz zur toilette ähm was immer das heißen mag ich kann auch einspringen aua nein nein will es auch was probieren simone ich habe mal hier von einem astra urtyp habe ich hier noch ja es ist ja alles pisswarm weil ihr trinkt ja so langsam ihr ihr kommt ja gar nicht zum zuge hier ja ist so dann wir haben dafür glaube ich viereinhalb punkte gegeben das ist echt unter erschwerten bedingungen hier das warm zu trinken das ist ganz furchtbar das wetter ist einfach zu gut jedes Bier glaube ich das wetter ist zu gut aber es kommt schon eine wolkenfront wie ich sehe so ein bisschen wie findest du denn die auswahl die ich getroffen habe an Bieren so ja ganz gut so warten wir auf Füllung dauert länger als gedacht da ist er ja wieder wunderschön erzähl wie war es es war sehr gut ich finde euer Klosett sehr ästhetisch pleasing ästhetisch wie viele Fliesen hast du denn gezählt die Fliesen habe ich gar nicht gezählt tatsächlich ich habe den Strahl gezählt das waren 15,4 Sekunden wir haben gerade gelernt von deinem Kameramann dass man normalerweise 25 Sekunden pinkelt da hast du ja was nachzuholen man macht ja wenn man die Bauchmuskeln anspannt dann drückt man das ja ein bisschen krasser raus ach so aber mein Go-To da muss man auch Bauchmuskeln für haben ja das muss man sagen ich finde die geilste Anekdote für ich gehe mal kurz auf Klo wenn man in der Runde sitzt ich gehe kurz Pisse auf Klo machen finde ich das absolut geilste ich gehe kurz Pisse auf Klo machen ein Geniestreich weil man man transportiert quasi das Produkt Pisse in ein Klo rein ich gehe kurz die Pisse das Produkt auf Klo machen verberückt oder ich gehe mal kurz Platz machen hier das ist besser wir wollen nicht weitermachen ich laufe durch ein Getreide fällt meine Arme sind ausgestreckt wie wenn Super Mario sprintet die Sonne knallt auf meine Stirn ich nehme mal ein Glas Wasser halte es senkrecht und nehme so viel Getreide und Malz und Hopfen auf wie ich kann schüttel das bekräftig und trinke es und bei mir gibt es eine Geschmacksexplosion die sich gewaschen hat das kann ich unterschreiben das hast du sehr gut ausgedrückt besser hätte ich es selber gar nicht gekonnt also ich bin echt mal stolz auf dich ich bin echt stolz auf dich danke ja einen wunderschönen guten morgen es ist kurz vor fünf ich bin auf dem weg zur arbeit das thema bier ist dann aber erstmal abgeschlossen denn ich habe nach diesem tag erstmal 14 tage urlaub also dieser biertest mit philo muss ich sagen ich denke da immer noch dran zurück es war ein total lustiger nachmittag und ich bin sehr gespannt zum heutigen zeitpunkt weiß noch keiner wie das video geworden ist was noch nicht fertig ist also die dreharbeiten dazu waren auf jeden fall lustig und wir konnten vielleicht einiges hier schon mal dazu in unserem video hier zeigen so jetzt lange rede kurzer sinn das wetter schlägt leider passend zum urlaubsbeginn bei mir um es ist bewölkt immer noch mild zwar aber wird wohl nicht mehr so sonnig werden wie in den letzten tagen und so sommerlich regen soll auch kommen aber egal hauptsache freie zeit und so wenn ich nicht zu spät komme geht es jetzt los so wochenende und urlaub beginnen jetzt wetter besser als gedacht noch sogar ich habe ja schon mit regen gerechnet aber es ist ziemlich windig aber egal 14 tage welchen diesen weg den ich hier fahre wohl nicht mehr fahren ja ich muss noch zu sagen gar nichts mehr eigentlich erst mal nach hause kommen und dünnere klamotten anziehen denn ich hatte eigentlich mit regen gerechnet und das sieht nach regen gar nicht mehr aus eben noch mit dem fahrrad unterwegs und jetzt schon auf der autobahn auf der ach so geliebten a1 aber nur ganz kurz wir fahren nämlich jetzt zu einem möbelhaus oder zu einem einkaufszentrum besser gesagt dodenhof wollen mich für john versuchen was zu kaufen ein tisch genau ein tisch für sein zimmer so einen kleinen tisch wo man dran ja tränke rauf stellen kann oder wo snacks essen kann vom fernseherapparat die idee aber schon ein fernseherapparat vom fernseher vom fernseher das ist doch das ach so machen wir mal fernseherapparat fotoapparat er sagt immer überall apparat oder maschine hinter ja das ist halt meine sprache da kann ich mich nicht so schnell dran gewöhnen dass man es heute anders sagt aber egal wir hoffen mal dass wir gut durchkommen hier steht noch zehn minuten und dann erstmal ein parkplatz finden das wird bisschen schwierig aber schon spät dran sind aber soll ich einfach hast dir vor dem tisch vorgestellt hab ich dir auch schon gesagt noch gar keinen noch gar keinen wir haben vor der aufnahme schon mal drüber gesprochen müssen wir sehen was es da gibt und das ist aber auch jetzt so ein möbelhaus wir haben auch ein möbelhaus in bremen in der innenstadt aber da kann man die sachen nicht mitnehmen da muss man dann sich liefern lassen oder oder warten und hier ist die chance groß dass man das ob er mitnehmen kann da sind wir auch schon sogar ein parkplatz gefunden sogar da wo wir wollten ja jetzt gehen wir mal los ich weiß ungefähr wo es die tische gibt aber es gibt noch eine zweite sache und fragt grafiteur so unterscheiden darf gute frage weiß ich auch nicht was aber es kostet hoffe nicht zu viel ist aber 150 euro oder so denke ich muss mal etwas gutes für kriegen ja der kommt schon mal in die engere wahl weil der sehr gemütlich aussieht oh ach so ja ich habe einen besseren tisch gefunden der ist nämlich genauso wie der andere nur dass er zwei stockwerke hat so war alles ganz einfach kauf gerade abgeschlossen müssen wir dann nur noch bei der abholstation abholen oder wie das heißt und wir haben dann nach hause bringen aufbauen und dann fertig ganz einfach muss ich mal sagen das beste möbelhaus so einfach hier versteht wird natürlich jetzt sein dass ich auch ein auto zu kriegen ganz schön groß denke ich auch mal ja das ist der nachteil an so neumodischen auto software update auto kann nicht benutzt werden oder soll nicht benutzt werden dabei ein bisschen warten der muss gerade überlegt dass wir nichts wie geplant hier essen wir werden gleich uns leckere pizza bestellen wenn wir zu hause sind hier wollen 100 bis sonst was würde ich mal sagen und dann bauen wir gleich mal schon auf und wollen mal sehen wie das ganze dann aussieht wahrscheinlich jawohl gut oder ja hoffe ich mal so jetzt kommen wir zum nervigen teil wie immer dem aufbau aber ich glaube das ist diesmal gar nicht schwierig die einleitung jedenfalls brauche ich zu lesen ich versuche es mal ohne anleitung aber so schwer kann es nicht sein lässt du arbeiten ja gerade gerade ja weil stefan sich dafür angeboten hat und dann dachte ich ja gut easy aber ich setze mich jetzt nicht hier hin und zocke sondern ich stelle mir gerade was ein ein viertel ist schon fertig also von der ersten platte ach so dem was ja andersrum ich idiot ja alles von vorne das ist ja die die muss ja so stehen dann muss natürlich das bein ja kleiner anfänger fehler komfort die einleitung jedenfalls brauche ich zu lesen ich versuche es mal ohne anleitung so schwer kann es nicht sein gibt es noch keine fortschritte doch das erste bahn ist jetzt dran und zwar richtig rohr also jetzt ist ungefähr ein viertel von der zweiten ersten platte fertig ist nur kein fehler machen so rum muss es hunger habe ich wie schon erwähnt werden gleich eine leckere pizza bestellen wir bestellen jetzt und dann bauen wir auf und dann haben wir uns damit die zeit die idee ist gut ich weiß schon welche pizza ich nehme also da waren sie wieder meine probleme ist jemand in der lage hier die die bestell-app aufzurufen und darüber zu bestellen bestell-app aufzurufen und sie zu bestellen sagt doch einfach nur pizza bestellen ich verstehe nicht warum du dich du brauchst dich überhaupt nicht wundern warum man dich alman nennt so es ist vollbracht sehen und das gute ist massiv holz bist du frieden sehr hier werde ich gleich meine pizza essen ja anschlag auf milch oder was mit kurzen hosen darf man jedenfalls hier nicht sitzen was ist das weiß ich nicht, keine ahnung was soll ich gut wie gesagt ich will jetzt pizza bestellen keine Zeit mehr eigentlich würde ich auch gerne einfach cheeseburger pizza nehmen oh wo ist die überhaupt ich glaube die heißt jetzt anders die heißt nur noch burgerpizza glaube ich und was habe ich letztes mal gesehen die hier? burgerpizza? prime burgerpizza achso ja dann gieß die wohl nicht mehr nehm ich ja eigentlich hatte ich bock weil die ist so ein bisschen frisch so halt auch passt fitnessfan? ja nimm doch fitnessfan? oder was meinst du jetzt? woraus hast du jetzt Bock auf welche pizza? weil eben der Kursor auch fitnessfan war ne cheeseburgerpizza die wollte ich eigentlich aber die gibt's nicht weil die cheeseburgerpizza so frisch ist meinte ich und die andere burgerpizza? ist die nicht gut? hab ich noch nie probiert und da habe ich grad bisschen respekt vor weil es irgendwie nicht so lecker aussieht prime burgerpizza? nehm die chicken dönerpizza das sieht frisch aus weil da ist so sauce drauf oder fleisch jetzt war schon immer etwas teurer guten Geschmack zu haben so jetzt bin ich dran meaty madness ups und damit dieser das ist nämlich etwas neues was es hier gibt special crust garlic achso mit käse gibt es das noch und einmal ich nehme special crust garlic schon war natürlich wieder mal mit abstand die teuerste pizza so haben wir alles? ja haben wir alles und ja pizza kann kommen ich wäre bereit 42,26 Euro da vergebt mir der Appetit schon wieder ein bisschen tschüss 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 jeder tut seinen teil dabei einer bestellt das und kommt es sich und bezahlt es online ich nehme es in der Pfanne Sieht gut aus. Das ist die Pizza des Dritten. Aber was der für eine Aufgabe hat, weiß ich auch nicht. Das ist meine. Dutchman heißt sie. Mit Sauce Hollandaise. Total lecker. Brokkoli und Schinken. Ich bin mal gespannt. Das ist meine Pizza. Ja genau. Das ist hier dieser Knoblauchbelag, der hier drauf ist. Genau wie ich es haben wollte. Das war für mich die beste Pizza, die ich jemals bestellt habe. Und das ist nochmal jetzt die gleiche. Ich freue mich. Und schon wieder ein neuer Morgen. Daher einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter ist noch gut. Viel besser als angesagt. Ich bin nach langer Zeit wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Ich war schon so lange nicht mehr unterwegs mit meinem E-Bike. Ich wusste gar nicht mehr, wie das angeht. Aber ich habe es geschafft. Ja und jetzt ein bisschen den Morgen genießen. Die Morgenstimmung ist jetzt gerade mal 8 Uhr. Und auch Simone ist schon unterwegs. Da wir was großartiges vorhaben. Na ja, mal gucken, ob es großartig wird. Übt sie. Wir haben nämlich eine Wanderung vor. Ich will mal sehen, ob wir sie gleich hier irgendwo erwischen. Sie müsste hier auch irgendwo rumlaufen. Mal gucken. Sie hat mir gerade ein Foto geschickt von einem Schwan. Dass wenn hier irgendwo an der Weser ein Schwan auftaucht, dann muss Simone auch in der Nähe sein. Ich habe sie gesehen. Das war sie nicht. Aber da vorne läuft sie. Wollen wir mal sehen, wie es ihr geht. Ganz schön weit gekommen, schon in der kurzen Zeit. Wir haben nämlich vor, dass wir eine Wanderung machen. Eine, falls Sie noch nicht gesagt haben sollten, eine ziemlich weite Wanderung. Und dafür übt Simone. Mit extra neuen Wanderschuhen. Man hört dich. Man sieht dich nicht, aber man hört dich schon ganz laut aus der Entfernung. Das ist ein bisschen ein kleiner Nachteil von diesem Fahrrad hier. Nee, das Fahrrad habe ich nicht gehört. Ich habe dich reden hören. Ach so. Naja, in dieser schönen Stille hier, in dieser Idylle hört man eben auch die Stimmen lauter. Ja, hast du den Schwan auch gerade gesehen, der sich hier verirrt hat? Der war da hinten irgendwo. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ein Vorteil, wenn man hier sich die Zeit nimmt und hier in Ruhe die Idylle am Morgen genießt. Was machen die neuen Wanderschuhe? Herrlich. Also ich kann nicht klagen. Mir tun die Füße noch überhaupt nicht weh. Sieben meinen Stiefeln sind das, glaube ich. Das werden wir sehen. Gut, dann fahre ich mal weiter. Vielleicht treffen wir uns ja noch mal. Ja, was guckst du so? Ja, gut. Da gehst du jetzt mal spazieren, aber geht ja nicht. Ja, dann fahr mal weiter. Ja, also. Nervt mich nicht. Bis denn. Auf geht's. Ja, nochmal eben zur genauen Erklärung. Vielleicht das alles eben drunter und drüber ging. Das war so eine Schnapsidee eigentlich, mal eine längere Wanderung zu machen. Über mehrere Tage. Das haben wir uns jetzt wirklich fest vorgenommen. Es werden so um die 80, 90 Kilometer sein. Und es ist ja schon für uns ungeübte Wanderer, die vom Wandern gar keine Ahnung haben eigentlich, schon eine ganz gute Strecke. Wir müssen mal sehen, wie wir das dann schaffen, dass wir auch eine Unterkunft unterwegs finden. Das ist nicht ganz so einfach, da wir ja so in einsamen Gebieten oder dünn besiedelten Gebieten laufen werden. Das wird noch ein kleines Abenteuer mit dem Enkurs hier überholen. Wir haben uns nämlich gar keine Gedanken gemacht oder auch nichts geplant. Finde ich auch blöd, wenn man alles genau plant und schon die Unterkünfte vielleicht im Voraus buchen. Man weiß gar nicht genau, wie weit man überhaupt kommt an dem Tag. Ob wir überhaupt da ankommen werden, wissen wir auch nicht. Vielleicht kennen manche das Video. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, da bin ich in Bremen mal losgelaufen. Und nach 27 Kilometern haben nicht die Kräfte versagt, sondern eher meine Füße. Und zwar so richtig. Ich habe natürlich auch diesmal keine richtigen Wanderschuhe gekauft, so wie Simone. Ich versuche es nochmal mit meinen ganz normalen, ausgelatschten Turnschuhen, die mir auch schon in Las Vegas über 20 Kilometern gelaufen sind oder woanders auch schon gute Dienste geleistet haben. Ja, und wir wollen hoffen, dass das Wetter mitspielt und dass wir wenigstens halbwegs uns nicht blamieren werden. So, den Schwan habe ich auch gesehen. Der schwamm da noch ganz friedlich an der Weserraum, den Simone gesehen hatte. Und ich sehe auch gerade Simone, die kommt schon wieder zurück. Ist schon der Scheitelpunkt der Wanderung, wie es aussieht, überstanden. So, soll ich ein Fazit abgeben? Moment, ich muss erstmal eben... Ich kriege mich gerade einen Krampf im Fuß vom komischen Stehen. Das geht ja gut los und du willst mit mir wandern gehen. Also, pass auf. Ich bin jetzt 52 Minuten unterwegs und habe 3,9 Kilometer geschafft. Was auch immer das im Schnitt heißt. Keine Ahnung, ob es gut oder schlecht ist. Aber lieber nicht ausrechnen, wie lange wir unterwegs sein werden. Wir starten nämlich übrigens schon in 4 bis 5 Tagen so ungefähr. Heute ist ja, genau. Ja, also Vorfreude habe ich. Du auch? Ja, ich auch. So, ich freue mich jetzt auf zu Hause. Ich fahre nämlich jetzt zurück. Ja, bei mir dauert es noch ein Weilchen. Ich genieße das hier noch. Ist doch herrlich hier. Ja, ist es auch. Und Fahrrad aber auch. Gute Fahrt. Ja, mit dem neuen Tisch bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also, ich habe immer im Bett gelegen, wenn ich gezockt habe oder auf dem Sitzsack gesessen. Aber den Sitzsack habe ich mir jetzt inzwischen hier auch an den Teppich rangeholt. Und ja, habe mir den Tisch hier, ja, mit hier unten ist noch ein bisschen was zu trinken, muss ich runterbringen. Weil ich will den eigentlich ordentlich halten, weil mein Nachttisch zum Beispiel gar nicht ordentlich ist. Aber egal. Und ja, ich werde hier gleich Pizza dran essen, dabei ein bisschen Heldivers 2 zocken. Und ja, ich finde, der passt hier perfekt rein. Hätte ich keinen besseren finden können. Und ja, das Video ist zu Ende. Ich chill heute ein bisschen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, könntest du liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.